Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn man natürlich Anabolika spritzt, dass man impotent wird. Aber dafür passt der Bizeps. Du erzählst doch immer wieder, dass du Frauen fickst. Stehen sie auch auf dich? Ja, natürlich steht die eine oder andere auf den alten Farid Bang. Aber ich bin impotent geworden und Frauen stehen natürlich nur auf Gangbang mit mir. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht über WhatsApp, weil ich anscheinend einen kleinen habe. Was für eine Scheiße. Ja, Farid, du hast ja einen richtigen Warstein abbauch bekommen. Das ist alles Muskulatur. Das werden wir sehen. Bereit? Farid, wo steckst du denn? Ja, ich bin gerade in Thailand angekommen. Ich bin gerade in einem Swimmingpool mit zwei Transvestiten, die mir gerade den Rücken massieren. Die eine andere, die möchte mit uns unbedingt ein Gangbang starten. Ja, du bist mir aber. Äh, da ich die eine oder andere Mutter von euch beleidigt hab, will ich mich jetzt entschuldigen. Weil du ein Hurensohn bist. Ja, Lukas Bis zum nächsten Mal.